Ich bin krank genug, dass ich so einen Support gefarmt habe. Ja. Soll ich das Ding in die Safe Zone farmen? Ja. Okay. Du hast vorhin den Latif da den TN da in den Dings geliebt. Wegen den Loks, oder? Ja, weil die Loks filmen. Aber Mike hat nicht ge... Ja klar, aber ich weiß ja nicht, ob das sein Video ist. Ja, ja klar. Ja, okay, das ist ja nicht so. Und Mike hat nicht geantwortet. Ja, das Video ist nicht seins. Aber das Gerät ist angeblich seins. Wo jemand anders da drangefahren ist daneben. Ah, ja, okay, okay. Lässt du mich noch kurz vorbei, Lukas? Ja. User left your channel. Ja, wo soll ich mich hinstellen? Hier einfach? Hin, oder? Ich bin tot. Nice Leute!